Wir müssen dringend eine Redstone Schaltung machen, dass wenn du den Knopf drückst, dass beide angehen, sonst krieg ich hier ne Krise. Die Redstone Schaltung kannst du in den Keller bauen. Oh, hier steht ein Saubertisch. Wie hast du den denn da eben mal hingekommen? Ich hab ihn gebaut. Wenn man den zerhackt, bleibt das dann ein Saubertisch? Das weiß ich nicht. Das ist die Frage. Weil für den Zaubertisch hätte ich gern noch ein anderes Gebäude gebaut. Naja, zur Not müssen wir dann nochmal einen machen. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal einen. Was wollte ich denn machen? Als allererstes ne Truhe. So, 64er-Stacks Holz. Also, Bretter. Ja. 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 Ich brauche noch ne Truhe. Achso, und ne Treppe. Zwei Stück Treppen. Nicht genügend Holz. Wie viele Treppen brauchst du? Zwei. Warte. Hast du noch welche, oder wie? Ja, ich hab grad heute Treppen gemacht. Ja. Dankeschön. Übrigens, was du in der Hand hast, kannst du mit Kreis auch wegwerfen. Da musst du nicht umständlich ins Inventar gehen. Ja, aber ich wollte nicht gleich alle 64 Treppen hinwerfen. Ne, du wirfst, wenn du Kreis drückst, wirfst der immer einzeln. Achso. Achso. So. Das war übrigens am Anfang von, also wo Minecraft auf dem PC rauskam, war das ein bekannter Fehler, dass die, ähm, sag doch mal, Moment, muss ich mich kurz konzentrieren? Aha. Dass die Treppen, wenn du Treppen gebaut hast und die dann wieder abgebaut hast, dass die nicht, dass die nicht wieder gespawnt sind, die sind dann einfach weg gewesen. Okay. Das ist ja doof. Mach mal Pfeile bei, ähm, Truhe von Monstern Zeugs hin, oder? Ne, ich würde dann eine Werkzeugtruhe machen und die Pfeile da mit reinmachen. Haben wir schon eine Werkzeugtruhe? Ne. Wenn du keine gemacht hast, haben wir noch keine. Doch, doch, haben wir. Okay. Ich könnte mal Drecke brauchen. Wie viel brauchst du denn? 30, 40, oder 64. Schmeiß einfach in der Mitte vom Raum. So. Falsche Kiste. Ich höre hier was Knoten. Könnte es ein Zombie sein? Das ist immer Nacht. Dies wäre möglich. Ich bin gerade, jetzt weiß ich, wie es Kronk immer geht. Ich bin ein bisschen zerstreut. Überlege, was ich machen wollte. Wie gesagt, ich baue jetzt erstmal das Dach fertig. In der Priorität. Damit mir nicht immer Monster auf dem Kopf regnen. Kann ich jetzt nicht verstehen. Nein. Scheiße. Gut, jetzt haben wir ein paar Leitern. Auch nicht schlimm. Später kann man die bestimmt gebrauchen. Soll ich... Ich mache es erstmal bei der Holzkiste mit rein. Jo. Ich mache es erstmal bei der Holzkiste mit rein. Ich glaube nicht, dass es reicht. Also werde ich noch ein paar Zäune machen. So, aber vorsichtig. Diesmal nicht wieder Leitern machen. Da kloppt einer freundlich an. Der macht unsere Tür kaputt. Wie? Da sind wir doch gar nicht. Ich schwein. Kann nicht wahr sein. Wie, der macht unsere Tür kaputt. Der hat gegen unsere Holztür in unseren Unterschlupf gehauen. Trottel. Moment, jetzt muss ich nochmal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun. Ist doch eine komische Zahl. Na gut. Wenn es denn halt so sein soll. Vielleicht hast du ja nicht nachgedacht, als du es gebaut hast. Doch, das ist, ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was, was, was? Neun. Seht da nicht einer? Eins, zwei, drei, acht. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ne, doch, stimmt. Zwei. Jetzt bin ich zu voll, hier mal hoch und runter zu latschen und das Dreckgerüst auf- und abzubauen. Jetzt würde ich mir einfach noch ein paar Dreck. Eins, zwei, drei, vier. Dreck war unten in der Hütte, ne? Japp. In der Höhenbehausung. Japp. Hm. Vollhützwaren. Hm. This is cool. Ach, es ist eine Freude hier alles. Mach mal aus unserem Sand, äh, Glas. Nur klar. Doch, nicht, aber mach ich gerade. So, klar, dafür ist es da. Ja. Wenn du unterwegs Sand findest, kannst du ja noch welchen einsammeln. Jetzt so aus dem Handgelenk, weiß ich nicht, wo Sand ist. Ich weiß, wo noch so ein paar kleine Seen sind. Da könnte man Sand rausholen. Na, ach, jetzt hat er den Zaun auf die Blume gesetzt. Sieht bestimmt lustig aus. Jetzt nicht mehr, ich hab's schon behoben. Die sind witzig. Ich find's immer noch ziemlich dreist, dass du das arme Schaf getötet hast. Das hat keine Miete gezahlt, was soll ich machen? Wir sind ja hier nicht bei der Wohlfahrt. Aber fast. Fast, ja. Huch. Ach, verdammt. So, den Zaun wieder abbauen. So, den Zaun wieder abbauen. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Was machst du gerade Schönes? Ich baue weiter Dach Siehst du das nicht? Na ich gucke nicht Ich muss erstmal einen Dreckgerüst machen Ja na das ist klar Damit ich dann die Treppen da draufsetzen kann Kannst du ja mal rübergucken, das sieht lustig aus Oh da unten ist ein Creeper Komm her böser Creeper Läufst du gerade rum? Hallo Ach da Der beachtet mich gar nicht So gut Vielleicht da habe ich noch keinen Creeper getötet So mal schnell ne Axt machen Das kann ich nicht wahr sein Ich gucke wo unser Eisen ist Ich fasse es nicht Das Holz was ich geerntet habe wird wahrscheinlich nicht reichen Das Holz was ich geerntet habe Wo ich extra äh In der Kiste sagen welches Ja aber ich hatte gedacht dass es mit meinem eigenen Holz was ich geholt habe reichen würde Aber naja Wie viele Stacks hast du denn geholt? Wie viele Stacks hast du denn geholt? Ich hatte vier volle Stacks und Bretter Ich hatte vier volle Stacks und Bretter Vier volle Stacks und Bretter hatte ich Bretter Bretter oder unbehandeltes Holz? Bretter Ach ne Das reicht nicht weit Das hätte ich auch sagen können Ähm So Das hier Das da Ach wir sind richtig Gehirn Fleißmeisen Oh Wieso? Weil wir fleißig sind Wir haben erst ein Haus gebaut Das ist ein Gehege Das ist ein Gehege Und sieben Millionen Hektar äh Ackerfläche Ja Das hast du gebaut Hölle Schwein Der Acker ist auf deinem Mist gewachsen hohoho Der war so schlecht Ja Der war so flach Der könnte in China wieder rauskommen Der war noch schlimmer Huch Mann Was ist sind das jetzt? Irgendwie ist gerade der Wurm drin Es ist der Wurm drin Was ist der Wurm drin? Da versucht er zu werden Ja Das ist der Wurm drin Das ist der Wurm drin